Die Geschichte von den Schwarzen Buben Es ging spazierend vor dem Tor ein kohlpechraben-schwarzer Moor. Die Sonne schien ihm auf's Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm. Da kam der Ludwig hergerannt und trug sein Fähnchen in der Hand. Der Kaspar kam mit schnellem Schritt und brachte seine Brezel mit, und auch der Wilhelm war nicht steif und brachte seinen runden Reif. Die schrien und lachten alle drei, als dort das Moorchen ging vorbei, weil es so schwarz wie Tinte sei. Da kam der große Nikolas mit seinem großen Tintenfass. Der sprach, ihr Kinder, hört mir zu, und laßt den Mooren hübsch in Ruh, was kann denn dieser Moor dafür, daß er so weiß nicht ist wie ihr? Die Buben aber folgten nicht und lachten ihm ins Angesicht und lachten ärger als zuvor über den armen schwarzen Moor. Der Niklas wurde bös und wild. Du siehst es hier auf diesem Bild. Er packte gleich die Buben fest beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West, den Wilhelm und den Ludwig, den Kaspar auch. Der wehrte sich. Er tunkt sie in die Tinte tief, wie auch der Kaspar Feuer rief. Bis übern Kopf ins Tintenfass tunkt sie der große Nikolas. Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind, viel schwärzer als das Moorenkind. Der Moor fuhr raus im Sonnenschein, die Tintenbuben hinterdrein, und hätten sie nicht so gelacht, hätt Niklas sie nicht schwarz gemacht. Die mags Sch③ 傳 Die Zeit Die Die De Die bytes Die 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 Die